Hallo und herzlich willkommen zurück bei Far Cry 3. Schön, dass ihr wieder mit reinschaut. So, jetzt auch wieder mit richtiger Kameraperspektive oder beziehungsweise Position. Hier oben rechts im Eck. So, wir müssen den Dreidecker quasi besorgen. Eine Liste mit Leuten, die heute nicht mehr haben will. Aber wir haben gesagt, wir wollen erstmal die Karte aufdecken. Weil ich muss mich ja jetzt hier ein bisschen vorsichtiger bewegen. Beziehungsweise ich kann mich jetzt hier frei bewegen in dem Bereich. So, ganz kurz die Karte wieder. Wo muss ich jetzt hin? Ich bin... Ah, ich klemmte quasi hier einfach. Hey, kann ich nicht. Was ist denn das für eine Scheißmusik? So, lass mal kurz gucken. Sehen wir denn hier schon mal was? Ne, das gefällt mir nicht. Ich fahre den Berg außen rum. Also wieder zurück auf die Straße. So. So, wunderbar. Sorry für den kleinen Umweg. Hallo zusammen. Ich bin Rekrout in Ausbildung. Ja, warum drängst du mich ab? Du bist so doof. War das bloß eine Straße, um hier reinzukommen? Ja. Auch eine schöne Landschaft hier. Ah, jetzt kommen wir in den Bereich des Unbekannten. Da ist die Brücke, okay. Und meine eigenen Hand. So. Das sieht doch ganz gut aus hier. Glaube ich zumindestens. Ah ja. Sieh an. So, moin Jungs. Bin in Ausbildung. Lasst euch nicht stören. Ach, das wird so angeleuchtet von dem Ding. Jetzt halt. Von der Laterne. Ach Gott. Das geht ja darüber. Mhm. So. Einmal hier kurz rumlaufen. Badi bappi bie bie bie. Ja. Oh, was war das? Eine Ziege, oder? War das eine Ziege? Ja, das sind Ziegen. Hallo. Und mal wieder eine. Ja, wir tun jetzt mal so, als ob wir nichts gesehen hätten. So. Wo geht's denn da weiter? Wir müssen uns hier konzentrieren. Knappe Geschichten mal wieder. Da ist Munition. Und die Kohlen. Die Kohlen nehmen wir natürlich mit. So. Ach du. Warte mal. Warte, warte, warte. Ah ja. Okay. Klautschen wir hier mitziehen. Okay. Ach Gott. Ach, Glück, 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 Glück. Ah, ich stehe auf der Kante. Ja, diese Jump'n'Run-Einlagen sind nichts für mich. Ah, die habe ich schon bei Doom Eternal gehasst. Ah. Ach, Gott sei Dank war da jetzt so ein Ding. Ja. Gleich beim ersten Versuch. Gott sei Dank. Ah. Ging es euch auch so, als ihr das Spiel gespielt habt? Mit diesen Firmen? So. Erstmal hier die Kiste wieder aufmachen. Und. Oh ja. Und wieder ein Bereich frei. Das sind wir gerade durchgefahren. Sehr schön. Dann lassen wir kurz gucken auf der Karte. Ich weiß nicht, das ist der Bereich. Ja, dann würde ich gleich sagen, nehmen wir gleich den nächsten. Von Funkturm zu Funkturm. Wir nehmen die erstmal mit, so wie sie kommen. Dann haben wir, glaube ich, diesen Bereich. Aufgedeckt müsste sogar. Und hier soll noch eine Koordinate sein. Die muss ich mir mal genauer anschauen. Gehen wir wieder hier runter. Ja. Da werde ich mir dann nochmal Zeit nehmen. Ein Easter Egg. Das soll am Strand ein Kopf sein, wie auf der Verpackung. Gemäß Kommentar. Da werde ich auf jeden Fall hingehen. Also wir müssen jetzt erstmal hier rüber. Ich fahre einfach hier unten die Straße entlang. Da ist nämlich eine Brücke. Oder hier ist eine Brücke. So. Gut. Da steht ein Auto. Einige Waffen wieder gratis im Shop. Entschuldigung, die Party war gut. So, das müssen die Brücke sein, die wir gesehen haben. Sieht schon mal gut aus. Das ist ein... Ah, okay. Das wäre bloß eine Base gewesen. Oder so eine Art Checkpoint zum Durchfahren. Ich fahre mal hier oben lang. Ja, da geht es doch schon ins neue Geflug rein. Ey Jungs, sag mal. Komme ich da zum Funkturm? Ja, ne? Was stimmt nicht mit mir? Ja, steht hier, macht eine feinliche Befekte raus. Ah ja. Doch den richtigen Weg ausgewählt. Joa, schlägt von unten auch hochkommen. Hoppala. Ja. Komm, das schaffst du, das schaffst du, das schaffst du. Du hast nicht viel... Sag mal, was ist denn mit der Steuerung? So. Okay. Auf ein neues... Der nächste Punktturm. So. Babam, babam. Der erscheint... Ah, zu früh gefreut. Ich dachte, der wäre ein bisschen normaler. Aber nö. Immer Kletterpasser. Boah, ein bisschen zügig. Boah, voll übereifrig. Aber geht. Oh, ho, 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 ho. So, jetzt muss ich gucken. Ich muss einmal in den Crouch-Modus... Ach, Alter. Dann. Oh, ne Weste, ne Weste. Sehr gut. Huch, was war jetzt das? Leichter Grafikfehler. Oh, das spielt wirklich Trollen. Irgendwisschen darüber. Jawohl, Gang. Geradeaus zu. Jawohl. Nein, nein! Oh, nee. Wo bin ich nun? Was zitterst du oder so? Ah, damn it. Hier hakt es gerade ein bisschen. Weil ich gehockt bin. So? So, ich stehe. Jetzt hat... Oh, da muss man echt aufpassen. Und freigeschalten. Sehr gut. Da läuft ein Bärchen. Einen weiteren Erfahrungspunkt haben wir. Genau, so. Jetzt haben wir die Stelle freigemacht. Und dann machen wir jetzt noch den frei. Wir können eigentlich gleich alle drei noch frei machen. Dann wird es hier eine reine Funkturm-Folge. Da drüben hin. Und da ist ein Bär. Ja, nee. Bleib mal ruhig. Jetzt warte mal, Shift-Taste. Das ist doch die Renntaste, oder? Ja. Ach du, oh mein Lieben. So. Hm? Hm? Stop! Warte mal, warte mal! So. Es hieß ja, wir dürfen nichts Illegales machen, also ich denke mal hier, querfällt ein, ist ja auch nichts Illegales. So. Nö. Ich geh hier nur hoch und guck mir das da von da oben an. Ja, erfülle meinen Auftrag. Ähm. Genau, hier sichert mich einfach nur ganz geschmeidig. So. Das Geschwätz von den NPCs ist manchmal echt, hm, schwierig. Alter, ich tricke doch die Leertaste, was ist denn mit euch? Oder muss ich da einfach nur hinstellen? Wenn es nach mir ginge, das würde ich dir alles abhalten. Mit der Einstellung verbrennst du dir bloß die Finger. Ich bin halt kein beschittener Bürger, es ist nicht morgen. Was ist denn? 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 Ich muss da drüben hin. Wie komme ich denn da jetzt am geschicktesten hin? Da runterfallen lassen, gell? Ja. Gleiches Näsle. Und hier lang? Ballon sackt. Ah, Gott sei Dank. Also, ganz entspannte Folge heute. Wir machen Funktürme. Voll gut. So. Ah, ich brauch die Karte. Weil für das nächste große Projekt werde ich keine Karte mehr haben. In einem anderen Spiel. Soweit ich das jetzt mitbekommen habe oder mich informiert habe. Super. Genau. Nächste Ziel. Dann haben wir alle Funktürme. Ich von außen. Ja. Dann haben wir alle Funktürme. Der Turm ist dahinter. Der Turm ist dahinter. Oh Gott. Das war nix. Oh, wir haben uns nicht verletzt. Sehr gut. Ein Kilometer laufen. Ja gut. Wir laufen hier hoch. Und dann nutzen wir nochmal den Wingsuit. Das müssen wir auch mal ein bisschen üben. Ich glaube, das ist eine gute Stelle. Damit kannst du auch mit Meta machen. Damit kannst du auch mit Meta machen. 400 Meter. Ziemlich viele Straßensperren haben die hier aufgebaut. 200 Meter noch. So. Ging doch relativ zügig jetzt auch. Sehr gut. Summer voll. So, wie bist du denn hier bestückt? Ach du Schande. Ah, warte mal. Ist hier irgendwo ein Trümmerteil, wo ich hochlaufen kann? Wie kann ich da jetzt hochkommen? Kann er sich doch nicht hochklettern? Oder hochziehen, was sagst du? Wir nehmen die Seilerutsche einfach, die hier ist. Das ist doch mal eine Idee. Aber man muss ein bisschen umgucken. Man muss sich ein bisschen umgucken. So, Entschuldigung für die Versprecher. So, zack. Das wird's auch schon wieder Nacht. Das schaff ich doch niemals. Ah. Ah. Oh, Mann. Okay, wir schaffen's doch. Nein. Oh, jetzt bin ich drüber gesprungen. Wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich denn jetzt? Ach, Mist. Und nochmal. Mal. So. Das geht auch einfach. Jetzt wird's doch noch dunkel. Boah, das ist gar nicht so gut. So. Aber hat doch, doch geklappt. Sehr gut. Ja, den hier und dann noch einen, gell? Also mal durch. Mit den Funktürmen zumindestens. So, das wäre schon fast enttäuscht gewesen, wenn hier keine weitere Kiste wäre. So. So. Sehr gut. Noch ein Funkturm ist. Und der ist hier oben. Da drüben. Na dann. Let's fix. Das geht noch. Das geht noch. Das geht alles noch. Ich will hier über das Wasser kommen. Sehr schön. Hier müsste der Kiste sein. So. Ach. Hau doch ab. Fynn Kuss. Ah. Wärte ich ganz vergessen. Ich hätte mir gerade an die Tiere gar nicht mehr gedacht. Hier ist ein Auto. Gott sei Dank, der kann man da hochfahren. Schweinchen. Ich hoffe, ich fahre richtig. Schauen wir mal, aber ich glaube schon. Dass wir so Serpentin-mäßig da hochfahren. Und dann... Ja, ja, ist schon los. Ich bin schon los. Ich bin schon los. Jetzt habe ich gedacht, der läuft mir vor die Karre. Ach, hier ist eine Höhle, okay. Und hier ist der Funkturm. Sind wir schon da? Sehr gut. Perfekt. So. Da geht's lang. Ich gehe da immer ganz gerne in der Hocke rüber. Da habe ich halt auch eine bessere Kontrolle, so vom Gefühl her. Ich gehe da immer ganz. Ich gehe da immer ganz gerne. So... Okay. Jetzt passt was in meiner Matrix nicht. Ich gehe nochmal kurz zurück. Doch, wir müssen hier lang. Dieses Flackern weiß ich nicht, warum er das macht. Mit der Waffe, dieses... Ja. So, jetzt hat... Jetzt macht es wieder Sinn. Okay. Dieses Auf und Ab mit der Waffe weiß ich nicht, warum er das macht. Irritiert mich auch ein bisschen. Die gewohnte Kiste erstmals. Und... Der letzte Rundtour. Sehr schön. So, wie weit sind wir dann vom Ziel entfernt? Gar nicht so weit weg. So, aber dennoch würde ich jetzt gerne... Jetzt setze ich die Frage, wo das genau ist. Ist das hier? Ich würde gerne trotzdem nochmal kurz hier zurück... Was ist hier auf der Insel? Nordinsel hieß es? Südostwärts. Das muss ja dann hier sein. Da würde ich mir gerne dieses Easter Egg anschauen. Machen wir das auch noch in der Frage. Komm, das suchen wir jetzt noch schnell. So, kann ich mir das auf der Karte auch direkt anzeichnen? 19... Wie kann ich denn das an der... Das muss ja dann hier sein. Das muss ja dann hier sein. 16, 19... Ein paar zerquetschte und erfuchten. Da, so in dem Bereich plus minus... Wie komme ich denn da jetzt am schnellsten hin? Nee, mach mal doch separat, das ist das Ding. Sorry. Nein. Mach mal, mach mal, mach mal dann demnächst. 16, 19... Also das Easter Egg, das holen wir nach. Definitiv. So, alles klar. Dann würde ich sagen... Da vorne ist es. Hier habe ich gleich ein Auto. Ich speichere jetzt nochmal separat. Zack. Speichert. Und dann machen wir hier erstmal Folgenende. Haben wir hier eine gemütliche Funkturm-Folge gemacht. Und, äh... Ja, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bei Far Cry 3. Ciao, macht's, ist gut.